Servus Leute, ich bin jetzt heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal gesehen. Ich habe mir eine Kutsche auf, nämlich es regnet, es ist richtig schlechtes Wetter, aber nichtsdestotrotz hält mich das ab zu tun, so als ich hier nicht werde, ich würde mich hören, die Zeit, die sie nachkommen sind, die Welt ist länger. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auf die Stadt gäbe, wenn ich ein Geschenk kaufen muss. Das wird echt schwer, weil ich weiß absolut nicht, was ich verkaufen soll. Das ist ein Geschenk für meine Freundin, ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen werde, aber auf jeden Fall ist es für wen das Geschenk ist und ich glaube an jenen, der in dieser Situation war, ist oder wird immer, glaube ich, fühlt mich da, weil es einfach nicht so leicht ist, wenn man nicht bescheid weiß, was sie sich wünscht oder so, aber keine Ahnung, werden wir es schon schaffen. Auf jeden Fall ist dann der nächste Step sozusagen ins Gym, das heißt Friseur statt Gym. Zu dem Gym werde ich heute wahrscheinlich zum ersten Mal richtiges Bankdrücken machen, weil, ihr habt ja gesehen, ich habe bis jetzt nur auf der Maschine gedrückt und was ich dazu sagen muss, ich habe gestern zum ersten Mal die 100 Kilogramm gedrückt, sprich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Kraft ich heute habe. Und ja, deswegen wundert es euch nicht Leute, wenn es jetzt heute keiner was liebt. Ich werde heute erst mal auf die Technik schauen, erst mal mich ranpassen und ja, bin gespannt auf jeden Fall. Jetzt werde ich mich erst mal am Weg zum Friseur machen. So Freunde, ich bin jetzt beim Friseur schon einen Tag, ich sitze da hinten, macht noch irgendwas gerade, bringt den Kaffee und... Sehr geschneid, dass die Haare ist. Ja, und ja, nur gerade die Haare gewaschen, wie ihr sehen könnt, aber jetzt erst mal der Haarschnitt. Ich sage es euch, ist es einfach immer wieder das Geilste, weil er schneit, Agi schneit jetzt einfach wirklich genau, wie man es sich vorstellt. Beste Leben, ich sage es euch. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt eh gleich fertig. Also schauen wir mal, was wir noch machen, aber ich glaube, der Haarschnitt sollte fertig sein. Fertig wie ein Friseur, wurde mal wieder echt nice geschnitten, feiere ich einfach mal. Gefällt mir wirklich sehr gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich auch, wieder schreibt es mir das wieder gerne in die Kommentare. Jetzt geht es für mich wieder ab in die U-Bahn und ich mache mich am Weg in die Stadt. Das Wetter ist einfach kein Stückchen besser geworden. Wir haben es jetzt, glaube ich, gerade, ich schaue mal kurz mal an. 9.24 Uhr, das heißt eigentlich hier noch recht früh. Tag steht noch vor mir, kann man sagen. Deswegen beeile ich mich jetzt schnell, will die Stadt schnell erledigen, dass ich heute auch mal früher im Gym bin und sozusagen nicht den ganzen Nachmittag jetzt im Gym verbringe, sondern auch noch was anderes machen kann. Und ich hoffe einfach, dass ich, dass ich alles gut ausgehe. In der Stadt angekommen, Leute, mache ich mich jetzt auf die Suche nach einem Geschenk. Und das ist, ich hasse Geschenk aussuchen. Ich bin da nicht so schlecht einfach nur. Aber ja, kann man nichts machen, da muss man durch, wenn jemand Geburtstag hat. Und ja, ich kann es nicht eh sagen, meine Freundin hat Geburtstag. Und der muss sich jetzt ein Geschenk mal suchen. Wird jetzt kritisch, aber ich hoffe mal, dass ich was finde. Und ja, falls ich... Es wird einfach nur übelst schwer. Aber schauen wir mal einfach. Ich melde mich dann bei euch. Oh mein Gott, Leute. Ich war gerade schon so circa 300, 400 Meter vom Geschäft entfernt. Merk so, scheiße, wo ist meine Kamera? Durchsuch meine Tasche, durchsuch meine Bauchtasche da vom Hoodie. Nirgendwo ist sie. Gehe in das eine Geschäft, wo ich war. Ich frage so, ja, Entschuldigen Sie, ich habe, glaube ich, meine Kamera da vergessen. Sie sagt, nein. Dann war ich erst mal komplett geschockt. Wir kriegen den Schalbarten-Schweißausbruch. Wirklich, es war einfach nur mega geschockt. Dann gehe ich ins erste Geschäft, weil ich war in zwei Geschäften. Ich frage an der Kasse, Entschuldigen Sie, habe ich vielleicht meine Kamera da liegen lassen? Die sagt, ja, holt sie uns eben zu einer Fundkiste, die sie da hinten haben. Boah, so glücklich einfach. Sonst wären alle Aufnahmen weg. Kamera wäre weg. Boah, einfach nur happy gerade, dass ich sie wieder habe. Weil ich, das ist, weil ich tausend Sachen gleichzeitig mache. Ich schaue wegen irgendwelchen Geschenken, habe eine 10-Kilo-Tasche da, die mir so einen Nerv geht. Ich muss die ganze Zeit in meinen Geldbörsel fassen, um zu zahlen. Dann höre ich Musik nebenbei, telefoniere noch ab und zu mit einem Freund, der mich angerufen hat. Das ist, aber ja, jetzt, ich bin auf jeden Fall fertig. Jetzt geht's mal ab ins Gym. Und ich melde mich dann aus dem Gym wieder. So, Freunde, wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, mit dem Gym gelangt, machen jetzt die Schultern warm. Und diesmal am Kabelturm, weil im Volled-Me, glaube ich, extrem viele Leute gestimmt haben, ja, was machst du mit den Kurzhandeln? Ich weiß es, aber ich war eigentlich Carrying am Ende, ich dachte, ich mach's lieber mit den Kurzhandeln, als gar nicht. Mit dieser Kabelturm war bis jetzt, aber bei dieser 14-Gesetz, mit weitem kann ich's so machen. So, ich stehe da jetzt schon bei der Bank, weil ich werde heute zum ersten Mal eigentlich, ich hab's einmal gemacht, aber, glaube ich, vor sieben Monaten oder so, freies Bankdrücken, wie ihr da sehen könnt. Zwar werde ich jetzt noch kurz zwei Sätze, glaube ich, mit ohne Gewicht machen, die zusätzlich wirklich mit ganz wenig Gewicht, sozusagen, dass ich einfach mal die Ausführung wieder genau reinkriege. Blavius auch mit dabei, aber heute filmt er nur, weil der ja komplett im Arsch ist, irgendwie vom gestrigen, vorgestrigen Training. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal, schauen, wie es sich anfühlt, werde ich euch dann berichten, aber ich bin echt gespannt, habe aber muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen Schiss davor, weil es halt Freihand ist und ja, ihr wisst Bescheid. Also, das war jetzt, ich will nur sagen, erstes hat's wieder seit sieben Monaten, wie gesagt, eben, es hat sich gar nicht mehr so schlecht angefühlt, aber irgendwie am Anfang war es noch viel wackeliger, aber dann mit den nächsten, nach der 10, 12 Wiederholung war die Bewegung sozusagen auch schon viel besser geworden. Ich würde sagen, ich hau mir jetzt mal 5 Kilo pro Seite raus, das ist, dann haben wir 20 Kilo drauf, ich glaube, die Stange, oder wie viel Stange? Ich weiß nicht, wie viel die Stange wiegt, ich glaube, die wiegt 21, glaube ich. Ich glaube, dann wiegt die Stange 20, das heißt, ja, dann halten wir nur noch 5 Kilo, auch mal pro Seite, dann erst Arbeit, Aufwärmsatz, Leute, dann sind sozusagen 30 Kilo drauf und schauen wir mal, sozusagen, wie es sich mit bisschen Gewicht anfühlt und dann, würde ich sagen, dann höre wir auch noch. So, der Aufwärmsatz mit 30 Kilo, glaube ich, war das jetzt, war eigentlich gerecht easy, sprich, Bewegung habe ich eigentlich jetzt, sagen wir mal, gut reinbekommen, ich meine, das ist jetzt mein zweiter Satz, aber ich glaube, dass die Bewegung halbwegs gut sitzt. Habe jetzt insgesamt 50 Kilo drauf, ich habe jetzt 15 pro Seite, das sind 30 plus 20 Kilo, die Stange sind 50 und wir schauen jetzt mal, wie das geht. Ich weiß nicht, ob ich heute so hoch im Gewicht gehen werde, weil ich eh mehr Stiefen zum ersten Mal mache und jetzt wirklich nicht verletzen will oder so, sondern ich hasse mich sozusagen mal heran. Ich bin noch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen, aber dieser wird mir da jetzt schon helfen, habe gerade eben noch, ist schon leer, einen Science Brigade-Rund, werde ich euch auch unten verlinken. Das ist meiner Meinung nach derzeit eigentlich einer meiner Lieblingsboosters, mit Gold natürlich, aber vor allem, den kann man gut sozusagen am Abend auch noch trinken, weil kein Profil drin ist. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt ran an den ersten Arbeitsplatz, wir werden sehen, Leute. So, die 60 haben sich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wirklich schon schwer angestellt, aber nicht, also die Wiederholungen sind nicht so extrem schwer, sondern ich finde, das Schwerste ist irgendwie das Rausheben, da muss ich nur nix neben mir gerade auch anwenden. Aber die nächsten Wiederholungen waren auch etwas schwerer, aber sie klingen auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur fünf Wiederholungen gemacht, weil ich gehe jetzt, weil ich mache fünf Sätze da, mache fünf mal fünf, weil ich auch, ja, ich will ein bisschen die Kraft testen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich will zwar nichts übertreiben, aber ich schaue einfach trotzdem, dass ich sozusagen meine Kraft ausreizen kann, weil ich einfach gekocht habe, das ist richtig geil irgendwie. Und ja, schauen wir mal, wir haben jetzt 70 drauf, ich habe nochmal auf jeder Seite die Zufa draufgepackt und wir werden sehen, wie sich jetzt die 70 kommt. Okay, 70 haben wir auch geschafft, fünf Wiederholungen gemacht und wieder wirklich nur beim Rausheben komplett vor ist es irgendwie extrem schwer. Ja, und dann, dann die Wiederholungen gehen, klar, es ist auch anstrengend, aber es geht auf jeden Fall scharf. Deswegen wird Flavio mich jetzt beim Rausheben spotten und sozusagen schaue ich dann, dass ich die fünf Wiederholungen selber hinbringe, beziehungsweise so viele ich halt schaffe, höchstens früh, sagen wir es mal so. Und ja, aber Flavio muss ich wieder rausheben, helfen, weil, dass ich mir da ein bisschen Kraft sozusagen spare und dann die Wiederholungen anwenden kann, sozusagen. Und schaut euch das einfach mal an. Wir haben da jetzt irgendwie so extrem ungleiche Gewichtsscheiben genommen, irgendwie angeordnet. Flavio packt da jetzt noch die Zufa drauf, aber ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie sich das anfühlt. Wie kann ich auf dieser Maschine 50 pro Seite drücken, sprich insgesamt 100 auf 8 Wiederholungen. Und bei der gerade mal 80, beziehungsweise halt bei freiem Bankdrücken gerade mal 80 auf 5 Wiederholungen. Ich meine, was man dazu sagen muss, das spielen extrem viele Hilfsmuskulatoren. Die habe ich eigentlich so gut wie gar nicht trainiert, weil ich eben nie Bankdrücken gemacht habe. Und ja, aber dafür bin ich eigentlich eh recht froh, dass ich die 80 gedrückt habe. Das war so mein insgeheimes Ziel, was ich mir im Kopf gesetzt habe. Und das haben wir heute auf jeden Fall geschafft. Aber ich werde wirklich versuchen, mich da zu improveen, halt zu verbessern, in Bankdrücken, weil es ist an sich wirklich eine krasse Übung. Und ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt im letzten Satz, das war jetzt der vierte Satz, gehe ich nochmal auf 70 runter, weil ich muss ehrlich sagen, es sind die 80, sie gingen, aber ich habe ein bisschen komisch meinen Ellbogen gespürt. Und deswegen will ich jetzt auf 70 runtergehen, damit ich einfach noch die Bewegung und alles schön mir angewöhne. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, finde ich dafür, dass ich zum ersten Mal Bankdrücken wieder nach sieben Monaten oder so mache, nicht schlecht auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber ich würde sagen, es geht klar. Okay, so Freunde, wir befinden uns jetzt auf der nächsten Maschine schon. Chest, Flys oder keine Ahnung, wie die heißt, Butterfly Maschine, glaube ich. Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch kurz ein Fazit geben zum Bankdrücken. Zwar habe ich jetzt, wie gesagt, fünf Sätze gemacht, um die fünf bis acht Wiederholungen. Ich muss ehrlich sagen, im Gegensatz eben zu dieser Maschine, die ich immer gemacht habe, viel schwerer. Und was ich halt hasse an freien Drücken ist, auch an kurzhanden Drücken und so, man muss sich viel mehr auf die Technik konzentrieren und so weiter. Deswegen liebe ich so Maschinen, weil du sozusagen wenig falsch machen kannst, niedrige Verletzungsgefahr. Und deswegen muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ich finde die Übung wirklich geil, also das steht mir nicht falsch, ich finde Bankdrücken wirklich geil. Aber ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung, ob ich die in mein Training einbauen werde, weil demnächst wahrscheinlich wird es ein kleines Trainingsplan update. Ich weiß nicht, vielleicht ändern wir da was mit einer bestimmten Person, aber dazu werdet ihr zukünftig mehr erfahren, wird auf jeden Fall richtig geil. Und ja, wie gesagt, ich habe keinen Plan, muss ich ehrlich sagen, ob ich die einbauen werde in den Trainingsplan. Aber wir werden sehen. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall mal nice, wieder zu drücken auf der Bank, freie Hand. Aber ich muss sagen, ich bin nicht der Fan davon. Und jetzt würde ich sagen, wir machen erst mal weiter. Ich kann nicht lie, ich bin addicted to you. All of my attention, I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I was sippin' more for two years, straight to the face. Champagne belly bubble still won't go away. Last year, my best man hit a stain with bad face. Now he's got to help beyond the water's cold case. I wake up with pain sometimes and never go away. Wonder why I balance to my knees when I break. In my city, gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, now he'll find you DOA. I can't lie, I really benedict it to you. All of my attention, I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I'm addicted to you. Das darf's doch nicht geben, Leute. Ich habe vorhin, das habe ich euch ja erzählt, ja, ich habe meine Kamera ja vor einem Geschäft vergessen. Jetzt, ich stehe gerade bei der Bushaltestelle, weil ich gerade vom Gym rausgegangen bin und mich am Weg nach Hause mache. Ich bemerke, ich habe einfach das Sackerl mit allen Geschenken drinnen vergessen. Gehe jetzt absolut nochmal ins Gym zurück und ich weiß nicht, Flavio hat mich irgendwie darauf angesprochen, oder? Ich wäre jetzt einfach ohne dem gefahren. Also, du hast es gerade in die Tasche gegriffen. Ah ja, stimmt. Nein, ich habe, ja, stimmt. Ich habe es in die Tasche gegriffen und habe gedacht, fuck, wo ist das Geburtstagssackerl? Ja, ich war ein 20 Sekunden des Geschenkens, wenn ich mir nicht mehr als hätte darauf angesprochen. Und ja, jetzt, wurscht, wir holen jetzt den Sackerl schnell. Auf jeden Fall mache ich mich dann am Weg nach Hause und dann gibt es auch meine Post-Workout-Mahlzeit. So, Freunde, wir haben es jetzt. 15.48 Uhr. Ich gönne mir gerade jetzt, also beziehungsweise koche mir gerade mein Post-Workout-Meal. Uh, jetzt ist die Kamera eingelaufen. Kurz mal putzen. Jetzt geht es wieder. Tomaten mit Mozzarella plus 400 Gramm. Trockenen Spaghetti. Richtig geil auf jeden Fall. Hat, glaube ich, hat 1000 Kalorien oder so. Ups, muss ich mal runterdrehen. Auf jeden Fall wird sich das jetzt gegönnt. Ich habe riesen Hunger, habe halt noch nicht so viel gegessen. Am Abend geht es dann ab Essen, Geburtstagsessen sozusagen von meiner Freundin. Und da werde ich euch aber leider nicht mehr mitnehmen können. Ja, das glaube ich, versteht ihr auf jeden Fall. Und somit werde ich auch diesen Vlog beenden. Und ich hoffe, dass euch das gefangen hat, dass ich heute zum ersten Mal, also dass ich euch mitgenommen habe, zum ersten Mal Bankdrücken sozusagen. Ihr wart dabei. Und ja, mich hat es auf jeden Fall, also mir hat es, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, Spaß gemacht, aber ich brauche das jetzt nicht nochmal erklären. Ich habe das vorhin schon erklärt, was so meine Meinung zur Bankdrücken und so weiter ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne ein Video in die Kommentare, wie ihr die Haare findet. Würde mich sehr freuen. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir einen Kommentar da. Schreibt, was ihr wollt dran. Tipps, Infos, was ich besser machen könnte. Was gut ist, was euch gefällt. Wie auch immer. Alles, worauf ihr Bock habt, Leute. Und lasst mir gerne auch ein Abo da. Ich glaube, wir haben bald die 13.000. Also würde mich einfach riesig freuen, Leute. Danke, peace out. Wir sehen uns im nächsten Video.